Es ist nicht so schnell, Tachi. Das Essen riecht dir schon nicht weg. Wo ist mein Essen? Was? Sohn, ich muss mit dir reden. Papa, ich gehe nicht wieder klauen. Ich will nicht wieder klauen. Nein, nicht wieder klauen. Nein, nein. Es geht um dein Zimmer. Du hast Flecken bei deinem Bett. Warum? Flecken? Was? Wie Flecken? Und warum sind deine Augen so rot? Keine Ahnung. Geh mal her, ich mach's. Es geht um. Es geht um. Matthias? Gekifft? Gerochen? Drogen? Lüge nicht, du hast geheilt da, Tachi. 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 Was soll aus dir werden, mein Sohn? Willst du sehen wie dein Bruder? 2 Euro, 2 Euro, bitte. 2 Euro. Papa, ich will Rapper beheben. Rapper? Wie ich auf Befehl? Dann schaffst du nicht, Tachi auf Schach. Aber doch, das schaff ich. Tachi. 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 Scheißhalte, mich fett nicht meint. Ey, komm mal, ey, ey. Oder ich will Schauspieler. Ich weiß nicht mehr, was ich zu dir sagen soll. Warum willst du nicht so klauen wie ich? Ich bin Klauer. Deine Mutter ist Klauerin. Deine Schwester ist Klauerin. Das kleine Baby hat schon Pampers geklaut. Und du? Wirst Rapper, Schauspieler werden? Oh, Tachi. Ich bin enttäuscht von dir. Ich bin enttäuscht von dir. Dann habe ich den Kopf in den Fahrrad. Okay, eigentlich habe ich geklaut von kleinen Kind. Aber du riechst mich so langsam auf. Immer wenn du nach Hause kommst, klaust du solche dumme Sachen. Das riecht mich langsam auf. Und du bist so langsam auf. Du bist genau so dumm wie deine Mutter, Tachi, Jepscher. Du bist genau so dumm wie deine Mutter, Tachi, Jepscher. Du bist genau so dumm wie deine Mutter, Tachi, Jepscher, 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 Jepscher.